Schalom liebe Freunde, herzlich willkommen zur Synagoge Lorach. Für viele von euch stellt sich die Frage, was ist eine Synagoge? Ist es so wie eine Kirche? Ist es ein Gotteshaus? Ich würde sagen wie folgt. Eine Synagoge ist einerseits Betkneset, Haus der Versammlung. Das heißt, man betet nicht nur in einer Synagoge, sondern der ganze Mittelpunkt von einem Mensch soll in der Synagoge stattfinden. Und außerdem wird eine Synagoge auch als Migdash Mead, eine kleine Heiligtum genannt. Sie wissen bestimmt, dass wir Juden hatten zwei Jerusalemer Tempel. Wenn Juden die Tore bekommen haben, waren damals Juden in der Wüste. Und Juden haben in der Wüste ein Mischkan, ein Stiftzelt, tragbare Tempel gebaut. Später jedoch, wenn Juden sind, in das Land Israel hereingetreten, unser Volk hat gemacht, gebaut, erste und dann wurde leider erste Tempel zerstört und dann zweite Jerusalemer Tempel auf dem Tempelberg. Seit der Zerstörung von zweiten Tempel wird die Synagoge zum Mittelpunkt von Judentum in die jeweilige Stadt, wo Judentum auch praktiziert wird. Das heißt nicht, dass das Judentum nur in einer Synagoge praktiziert wird. Nein, auch in der Familie muss Judentum praktiziert werden, weil Judentum ist nicht zu einem Ort bezogen, sondern es geht um die Religion, es geht um unsere Ge- und Verbote. Aber viele von Ge- und Verboten beziehen sich auf Tempel, der leider heute nicht mehr existiert. Und deshalb die Synagoge ist die Ort in einem Stadt, was Judentum repräsentiert. Eine Synagoge ist eine sehr komplexe Gebäude. Es gibt sehr viele Sachen, die man beachten soll bei Bau einer Synagoge. Eine Synagoge muss Richtung Osten ausgerichtet werden, es muss Fenster haben. Wie Sie sehen, wir haben zwei Etagen, Männersaal, dort wo ich jetzt stehe, und wir haben auch Frauenempore. Das heißt, während des Gottesdienstes sitzen Frauen oben auf dem oberen Teil der Synagoge, obere Etage. Das nennt sich Esrat Nashim, Frauenempore. Es gibt immer die Frage, warum müssen Männer und Frauen während des Gottesdienstes getrennt sitzen? Sind Frauen nicht so gut dargestellt im Judentum als Männer? Und die Antwort lautet natürlich nicht. Die Frauen sind von Gebet befreit. Frauen können beten, optional, aber sind nicht verpflichtet. Deshalb, wenn die Frauen zur Synagoge kommen, sie schauen, sie machen mit, sie beten auch mit, aber die sind befreit von einem Gebet. Deshalb, sie haben extra Etage für sich, weil sie sollen Männer mit ihrer Schönheit von Gebet nicht ablenken. Und Männer sind ja verpflichtet zum Gebet, dreimal täglich. Wir beten morgens Schacharit, wir beten nachmittags oder Mittagszeit, Mincha, und wir beten Arvid oder Mariv genannt, Abendgebet. Und deshalb, die Synagoge ist ein Ort, wo Menschen kommen, nicht nur zum Beten, sondern der ganze Mittelpunkt von Judentum ist in einer Synagoge. Menschen sprechen miteinander, kommunizieren, reflektieren, was in der Woche so alles passiert. Wir haben unten auch ein Kiddush-Sau und zwei koschere Küchen. Das bedeutet, nachdem wir mit dem Gottesdienst hier fertig sind, zu Ende kommen, wir gehen alle zusammen nach unten. Wir machen ein Kiddush. Kiddush, das ist ein spezielles Gebet über Wein, um Schabbat oder Feiertage zu heiligen. Alles, was hier gekocht wird, wird alles koscher gekocht. Aber lassen Sie uns sprechen über die Synagoge und über alle Attributen, die wir heute hier in dieser Synagoge sehen. Das ist eine Bima. Bima, das ist ein Tisch, wo wir unsere Tora Rolle, die ich Ihnen jetzt gleich auch zeigen werde, lesen. Die Tora Rolle wird auf einem Pergament geschrieben. Es beinhaltet 304.805 Buchstaben. Buchstabe für Buchstabe von Hand und Vogelfeder geschrieben. Handarbeit. Auf einem Pergament dünnes Leder von koschere geeignete Tieren. So wie Sie sehen, dieser Begriff koscher geeignet wird, nicht nur in Bezug auf Essen verwendet. Auch Gegenstände, auch Gegenstände in einer Synagoge können koscher oder nicht koscher, unkoscher sein. Von daher, liebe Freunde, eine Synagoge, das ist ein Ort, wo wir unser Judentum in besonderer Art und Weise praktizieren. Aber wie ich schon sagte, Judentum soll nicht auf eine Synagoge reduziert werden. Auch zu Hause kann man Judentum praktizieren, ohne eine Synagoge dabei zu haben. Hier sitzen Männer, auch an der Seite. Oben sitzen Frauen. Das ist Bima, ein Tisch, wo die Tora Rolle voll gewesen wird. Und da vorne haben wir Aaron Akkodesh, Tora Schrein. Dort werden unsere Tora Rollen aufgehoben. Es ist gleichzeitig ein Safe, weil die Tora Rollen sind sehr wertvoll. Es ist Herz und Seele jeder Gemeinde und jeder Synagoge. Von daher, wir passen gut auf, damit die Tora Rollen sollen auch gut geschützt werden. Eine Synagoge, es ist ein Ort, was man sich vorstellt als eine Kirche. Einerseits stimmt es. Andererseits, Synagoge ist nicht nur für Gebet da. Eine Synagoge ist ein Ort, Begegnungszentrum, wo Menschen miteinander kommunizieren, reden. Kinder laufen rund um die Uhr. Auch während des Gottesdienstes stören die Kinder auch durch ihr Laufen und Geschrei unser Gottesdienst. Und es gehört auch dazu. Weil Synagoge, es geht nicht nur um Gebet, es geht um das Leben. Und Leben, dazu kommen die Menschen. Und ein Mensch steht im Mittelpunkt von diesem Leben. Von daher, wir freuen uns auch, wenn die Kinder laufen, wenn die Kinder auch zum Teil Gottesdienste stören. Das zeigt, dass das Leben ist da, ist vorhanden und das freut uns auch sehr. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!